Gute, wo gehst du hin? Gucke, was gebaut ist, hattest du schon die andere Seite in die Inseln gemacht. Hä? Wird dann durf'n die Insel gebaut? Du hast dich amüsiert. Ja. Wie gesagt, ich will eine Insel, wo noch Sachen gebaut ist, ohne dass ich Sachen wegschrappen muss, am Anfang. Ich kann mich einfach aufhängen, dann guck ich, ich kann mich so hoch. Passt nur los, ne? Einfach so. So. Und dann muss ich einfach einfach hier... ...doten. Apa! L-l-l-lust, die Doten bist auch so hässlich, Astin! Aaaaaaah! Wo? Ah, du bist so hässlich, die Doten! Und da blinkt's ja auch nach! Moment. Moment. Da blinkt's nicht mehr. Ah, du bist so hässlich, die Doten! Ah, glaub! W-wann da, wenn da ein Satz diskret von dem anderen bist... Ich geh so, äh... Wolltest du da haben, du musst alles aufrappen? Du wenigstens findest du heute eine Inseln schon gebaut, verstehst du? Äh... Ich lege den Kind von neben ein bisschen, äh... Bisschen Grings, was er da haben. Du gehst ja, der Zau! Weil du unten drinnen bist, das ist ja in der Reihe da, weil die Insel ist ja hingezuunass. Äh... Äh... Ich lebe jetzt an dem Hangegrund... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w! Äh... Wird das ein Gdraschee gewischt? Nein, nein, willst du ein Gdraschee? Ja, ja, halb mal auf der Seite. Also, es hat von der Mariasch nach, wird überspüren also oder wey? Überspüren, ja, das ist ein Dremersi, meiner Meinung nach. Hm. Einfach schon sein Quark geschriven, oder? Nein, nein, ich glaube, es klangst gebastelt. Hm, natürlich hat er gebastelt. Was ist denn, was ist denn der Kiss? Serieu? Ja. Warum? Why? Why? Echt gebst du nur noch der Halininsel kann ja wohl lustig habs Kleines bauen. Oder? Aha, 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 gut, gut, gut. Also, was er tut denn? Wie gesagt, die Insel... Zurich ist ja schon um zu schuld, für ihr Schabbis drubmzbauen, verstehste. Hm-mm, war gut. Ah, nee, halb. Was ist das denn? Was hast du denn gesagt? Was hast du denn gesagt? Ja, nein. Kannst du mir nicht machen? Nein, nein, das ist der letzte Teil. Moment. Was ist das? Das ist der letzte Teil, hä? Wie geht es? In deinem Kopf? Oh, ja. Was ist das denn? Was ist das denn? Also, Mann, auch. Käschen und Insel. Dann, Mann, Insel. Was aus der Erde? Nein, nein, gerade hier. Weil ich mich einfach so losse. Ich weiß nicht, wie es so gut war, weil die Leute etwas getan haben. Sie wollen erst für jeden Tag gehen und dann sagen, da ist schon ein bisschen in der Insel, gell. Das ist in der Mitte, wo ich lacht und pfff. Das ist ein Dout. Hallo? Oh, da muss ich schlafen gehen. Warte mal kurz, dann schlafen wir noch gut. Huiiii. So müssen ich den Dinger waschen. Oh. Nee! 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 Dann schlafen wir noch gut. Gut nicht. Nee! 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 Ja, so kannst du eigentlich nicht stimmen. Konzisiomis, du kannst nichts stimmen. Ich glaub, was sollst du auch noch hin? ich muss doch was dann ist erst mal so erschienen wäre es ja so längst das wir haben direkt bis bald direkt kannst du wissen wie es die weg machen kann zwar ww kannst du auch ähm Moment Entschuldigung Satz mal durch den Block hin Guck Sei es da Warte Tut dann Hm ja ne ich meine aber es ist nur eine Stevi Ah ok ich würde das Wie gesagt einfach machte schon mal einen Platz zugruhen werden Einfach die anderen da kannste Konstatute machen Also Eine Gefängnisinsel Das soll aber nicht mehr stehen lassen Du hast keine Dinge da dran Was macht der Eine Gefängnisinseln Obwohl ja jetzt guckst du was hier bei weitem genug sputter zwischen wo sie blüß gucken eben äh da sind sie eben in einer anderen noch so richtig verbunden mit einer Captain wie könntest du das denn so freig stufe geht auch geströseln heropflagen verliegen er hat daltre waren vielleicht nicht ojen ich holt gleich gestern Pans gerabt ich weiss nicht wo ich noch jung war in der Zeit ohne Schlag vor Stubius gespielt ähm gehn wir ein guter Beispiel 4 in der Zeit ohne Stubius gespielt ähm gell? ja ich weiss nicht ob du ein guter Beispiel 4 gegangen bist ich weiss nicht ok ich gebe es so ein jetzt dann ich gebe mal euch schon mal überzählen und vorwärts kann ich die nicht über die Fasern setzen wird eigentlich noch ein noch ein Grund für über die Fasern zu flüchten oder hochzusprungen nicht ich habe viel wenn sie tatsächlich wird ähm nicht von ihnen schlimm ist in dem Schlag profitieren eben eine Hilfe zu machen solange ich nach äh zu äh verstehst du was denkst du besser besser die Fasern oder die Worte Busch wieso kann ich eigentlich kein äh kein schnack zwar im Grab ich kann das nicht aufkommen losse na die die von dem äh du bist ja im Dschungel 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 also die Dinger wo du rufen ja 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 die Ranken dort wieso kannst du nicht platzieren ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht du kannst platzieren komischerweise also was meinst du denn ich über dem Busch oder über dem Wasser über dem Busch ja weil wir uns rufen halt passiert im Wasser wo ist die Chance zu überleben und da gucken wir mal vielleicht hast du tropen hier da was soll ich nicht jetzt kannst du ruf kommen lassen also du brauchst intro platz ja und 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 das sie draußen ja schon das kompliziert nicht wird nicht für die manchmal obwohl du hast irre und Okay Das kann ich nicht mehr sagen, ich komme fertig, ich mache mal teil Okay, das ist der andere rein. Ich muss ihn so uppassen. Geben Heulansch kommen. Dann muss ihn tatsächlich Heulansch überwählen. Sind sie zufrieden beim Axial? Bei weitem nicht. Nicht so. Ich will den ganzen Teil nicht. Können sie einfach Heulansch kommen. Komm, wir knipsen sie Heulen, fertig. Knipsen sie Heulen. So. So. Ich habe das Ding da stehen. So. 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 Was ist das denn so? Dann irgendwann schluss tun getaucht, ein kattendruck, druck, 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 geschmoss von anderen. Ich gebe es so, ein kathedur, weil weiter. Du hast gute Toten. Was geläht oder wie ein Gliadelehr setzt? Na. Ich habe nicht eine Klinge. Gut. Und das ist witzig. Wie ist das witzig? Du musst doch einmal am Kreiss sprangen, oder wie? Ziemlich, ja. Das ist ja so. Ich weiß, dass du den Klienten an den Stengen machen kannst. Das wissen die Monsterleute. Das wie sonst zum Beispiel. Das ist ja so. Das ist noch kein Flaschen. Nee. Ich bitte wieder. Das wird gut zu machen. Und dann noch ein Flaschen. Das ist eine Flaschen zu tun. kann man auch ein smoothen auch furcht man kann aber noch vielleicht eh nur zwei klinge akzent ersetzen gib ich so einen warte mal um der toten andere um der toten hier hat irgendwie im Zentrum ich kann aber Häuser drausetzen ich bin nicht verkehrt ja mir die die wusste eben dass das ganz eben durch nachgezogen ist und dass das nicht von günstig wäre die die das eigentlich nicht schlecht so so wenn man dem smootheer kritisiert wirklich zu 100% kritisiert wie schon sehen Okay, so. Okay, so. Ich will jetzt das Passamort in die Insel bauen. Ich kann jetzt das Passamort in die Insel bauen. Okay. Nicht perfekt, so bist du, aber... Ah, schon in die Insel. Ja, ich mein für eine Prisung halt umzubauen. Jetzt hat es ein Langemonteur. Wie gesagt, kann ich da noch... Ich scheine zu machen, weil ich bin so langweilig und kann ich da noch nicht. Da machen. Ich muss kurz gucken, wie ich dich verbannen. Ich bin da und da. Okay, da kann man mal ein bisschen... Das ist ein Langemonteur. Da hat er abgemonteurte Sachen. Was, die braucht man ja noch nicht mehr. Buffy die Kette. Die blöde ich auch noch mal rum. Jetzt mal alles höher. Jetzt setzen wir noch Polieren rein. Einfach Lianen rappeln, aber und rumdanzen. Heyo, 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 heyo. Ungefähr so. Also, Lianen, gell? Oder Lianen? Kannst du von Leiko beeren. Wo hast du schon mal geholt? Ich habe aber auch speziell Blatt. Wo hast du geholt? Aber wo willst du dann noch die Lianen in die Rolli setzen? Ich meine, du hast ja schon überall... Nein, 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 bei der Brick. Ich bin bei der Brick da im Gangzimmer. Guck. Ah, du meinst sie so? Ah, okay. Okay. Wir schätzen einfach mal, dass du da unten und dann... Genau, und dann, ja, du kannst nämlich weiter. Ja. Du musst dir gut eine Wäsche holen, dir beisetzen, aber sonst willst du, dass sie so weit hoch hängen, dann musst du dir... So, warte, warte. Und dann schließt du die Wäsche, aber passt das jetzt, wie du ihn treffst. So, rüppelst und rüppelst und rüppelst du wieder, so. LOL. Du hast schon rostet. Aber guck mal, du kannst aber einfach so weit drüß setzen, hei. Guck. Tatsächlich. Ich hätte drüß, ich probiere, dass du nicht geholt hast, wo per Fuß nicht zu setzen. Ah, hei, guck, hei. Nein, 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 nein. Das kick, das kick ganze Block. Genau.